Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzte Debatte war ja Freitag an einem Nachmittag im Januar und auch da gab es große Debatten, vor allem mit der CDU und CSU, die sich da schon aufgeregt hat. Und der Kollege Köppen, ich muss sich zitieren, Sie haben es ja jetzt wieder gemacht, Sie haben gesagt, Die Linke will die Systemfrage stellen, weil sie dem öffentlichen Eigentum Vorrang vor dem Privaten geben würden. Und da frage ich, was stellen Sie sich unter System vor und das zeigt auch, wie Sie denken. Und dann wird die Staatswirtschaft kritisiert. Da wird dann gesagt, die Kommunen, die können ja das nicht so gut. Und ich werde mal gucken, wie die Kommunalvertreter auf sowas reagieren. Ich komme aus Bayern, da ist die Mehrheit CSU. Also ich weiß nicht, ob Sie diesen Leuten das so sagen wollen. Das muss man denen auch mal sagen, wie die Vertreter hier in Berlin sie einschätzen. Ja, und wir sind ja gewohnt, dass die Union bisweilen so reagiert wie ein Stier, wenn ein rotes Tuch sieht. Und ich sage ja auch nicht, dass Sie von der CDU keine Angst vor uns haben brauchen. Aber diesmal geht es um Stadtwerke und um Kommunen. Und wenn es wirklich schon Systemwechsel sein soll, dann frage ich mich wirklich, denn es geht um die ureigensten Rechte der Kommunen. Und bei uns sind die Kommunalvertreter alle gewählt. Und die sind so zusammengesetzt, wie die Bevölkerung das will oder wie sie meint, dass ihre Interessen vertreten werden. Ja, und jetzt glaube ich, haben Sie einfach da was nicht richtig verstanden oder wollen es nicht richtig verstehen. Es geht hier um die Vergabe von Konzessionen durch die Kommunen für in der Regel 20 Jahre. Und das muss man den Leuten sagen, 20 Jahre, wenn jetzt nichts passiert, dann geht es wieder in Eigentum oder auch dann in Konzession der großen Energiekonzerne über. Und dann ist die Zeit erst mal wieder vorbei. Und warum? Weil die Kommunen das Wegerecht besitzen. So wie Sie denken, dass private Vorrang haben. Aber das hat mit Subsidiarität nichts zu tun. Und jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt reden wir mal über die Liberalisierung der Energiemärkte damals unter Kohl. Und ich war damals schon im Bundestag. Und ich kann mich noch gut erinnern, da gab es einen Olaf Scholz, Rechtsanwalt und Abgeordneter, der damals auch spekuliert hat, die Konzessionsverträge ganz abzuschaffen. Und vor allem die Konzessionsabgabe. Der wollte den Kommunen auch die Gelder nehmen. An so was muss man erinnern. Und ich war in einer Energie-Ebenkeit-Kommission. Und da gab es ein Gesamtvotum. Das hat auch die CDU, CSU und die FDP damals mitgemacht. Und da ist von Oligopolen gesprochen worden von der Gefahr. Das haben Sie alle unterschrieben. Und das sollte man noch mal nachlesen, solche Unterlagen. Weil das ist einfach wichtig. Damals war das vorprogrammiert. Und damals hat man uns ja auch erzählt, ja, es geht um die Verbraucher. Und ich kann mich noch erinnern, die Verbraucherpreise wurden um 40 Prozent erhöht. Und für die großen Konzerne, die wurden gesenkt. Und schon damals ging es darum, und jetzt geht es wieder so. Und man sieht, welche Interessen Sie vertreten. Denn wir wollen den Kommunen zu ihrem Recht verhelfen. Und da zitiere ich jetzt das Grundgesetz. In Artikel 38 steht, dass die Gemeinden das Recht haben, die Angelegenheiten ihrer örtlichen Gemeinschaft in Eigner verantwortlich zu regeln. Und da sage ich, dann lesen Sie das mal. Und zu Herrn Bareiß sage ich, Sie sagen, die Rekommunalisierung kann kein Selbstzweck sein. Ja, was meinen Sie denn damit, dass alles privat werden soll? Und es gibt überall solche und solche natürlich. So, und dann bei der SPD, da gab es ja auch etwas Merkwürdiges. In der letzten Debatte wurde zitiert, dass Rekommunalisierung der Netze nicht immer besser und auch teurer für die Kommune sei. Kollege Post hat das jetzt zum Teil relativiert. Da sehe ich auch ein Umdenken. Und ich denke, wenn man da hier was ausbügelt, werden wir das natürlich auch unterstützen. Und ich möchte jetzt noch mal ganz klar sagen, wir wollen keine Kommune zwingen, ihre Netze zurückzukaufen, wie hier immer behauptet wird. Aber wir möchten, dass den Kommunen, die ihre Netze zurückkaufen wollen, dabei keine Steine mehr in den Weg gelegt werden. Die Beispiele, die kommen ja dauernd. Und es geht um die Stärke der Kommunen. Und die haben das bitter notwendig. Und Tatsache ist doch, die können nicht einfach zurückkaufen. Sie können gar nicht einfach darüber entscheiden. Sie müssen auf Klagen fürchten, die oft gegen Sie ausgehen. Und ich war in einer Kommune in Nordrhein-Westfalen. Und da war ein sehr schlitzohriger Bürgermeister. Und der hat mir gesagt, wissen Sie, Frau Bulling-Schröter, wenn ich keinen Spezi gehabt hätte, der zufällig Rentner ist und vorher in der Konzernspitze des Energiekonzerns war, dann hätte ich das nie erreicht. Und diese Kommune ist jetzt Klimakommune und wurde ausgezeichnet. Und ich bin da stolz drauf. Und weil wir auch wollen, dass solche Kommunen noch viel mehr werden, dass die wirklich die Chance haben, hier auch zur Energiewende beizutragen, dass die Bürger wieder mehr zu sagen haben. Aus diesem Grund wollen wir die Rekommunalisierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Johann Sartoff von der SPD-Fraktion das Wort.